Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden Herzlich willkommen. Mein Name ist Danny Gallen und das sind die Themen am Donnerstag. Verwirrender Stufenplan nach Bund-Länder-Konferenz. Die Verhandlungen von Bund und Ländern zogen sich stundenlang hin. Das Ergebnis ist kompliziert. Der Lockdown soll bis zum 28. März verlängert, aber teilweise aufgeweicht werden. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen bundesweit am Montag wieder öffnen. Darüber hinaus werden Öffnungsschritte an regionale oder kreisweite Inzidenzen gekoppelt. Ein Beispiel sind die Kontaktbeschränkungen. Treffen mit bis zu fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sind ab Montag wieder erlaubt. Sobald die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern an drei Tagen hintereinander auf mehr als 100 steigt, gelten wieder die alten, strengeren Regeln. Meterhohe Rauchsäule über dem Remsmoor-Kreis Im Korb kam es am Donnerstag Nachmittag zu einem großen Feuerwehreinsatz. Nach ersten Angaben der Polizei brannte das Dach des Hallenbades in der Bruckner Straße. Die Einsatzkräfte waren Stand 14 Uhr noch vor Ort und bekämpften die Flammen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Bereits im Juli 2020 war es an gleicher Stelle zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Ursache damals war ein Dehnfugenbrand. Isoliermaterial zwischen den Wänden des Hallenbades und der angrenzenden Remstalhalle hatte sich entzündet. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.